so willkommen zu einer neuen folge pokémon go jetzt ist schon wieder das ding hier ausgeklappt und guck guck dir das an das sitzt ein natürlich aufbewahrungslimit erreicht noch mal auf anfang da sitzt ein jetzt müssen wir erstmal hier was wegschmeißen kurz moment 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 das ist wieder vorbereitung deluxe so so viel werden wir heute nicht fangen da sitzt ein raupie jetzt ist das auch nur so warte noch mal neu so willkommen zu einer neuen folge pokémon go und guck mal da das ist ein raupie wenn ihr auch ein raupie werden möchtet könnt ihr jetzt die kanalmitgliedschaft bei rams ist der dicke beantragen link dazu in der beschreibung beziehungsweise müsste das als extra button dort stehen jetzt unter jedem video kanalmitgliedschaft wir fangen mal ein raupie und ich bin sehr glücklich darüber dass wir schon ein paar raupies haben es müssten jetzt mindestens fünf stück sein glaube ich fünf mitglieder die schon raupie sind das fand ich sehr cool habe ich ja gestern angekündigt dann kam auch gleich ein paar raupen in den stream rein das hat mich sehr gefreut jetzt geht es aber um was ganz anderes und zwar wollen wir heute wieder ein bisschen kämpfen vorher möchte ich euch aber noch was zeigen denn wir alle mitbekommen habt haben sich ja die rates verändert es gibt also jetzt keine zwei sterne rates mehr und es gibt keine vier sterne rates mehr dafür wird es bald die mega rates geben und ihr wisst jetzt natürlich schon vorher direkt was aus dem ei kommen kann da das jetzt alles in einer kategorie hängt das rosane ei es gibt jetzt nur noch ein stern und das gelbe ei drei sterne und das legendäre ei mit fünf stern ihr seht die aktuellen raid bosse hier steht noch liste möglicher raid bosse hier seht aktuelle raid bosse also ist das jetzt so ist es nicht so wir wissen es nicht mal gucken in stufe eins was haben wir den sandan kingler kingler war vorher natürlich stufe 2 skorgler auch knogger glaube ich auch liebren sicherlich auch also ihr seht ihr habt jetzt in dem stufe 1 raid sachen drin die vorher höher waren aber die belohnungen werden glaube ich mit übernommen ihr habt jetzt hier was habt ihr denn was wäre denn interessant für euch scheinock sicherlich noch für viele wenn die noch was brauchen praktibalk auch sicherlich interessant gutes pokémon das waren schon die einer also scheinocks dafür ich sehe kein klick mehr kein klick mehr da junge 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 was haben die da los gelassen stufe 3 raids alola reichu was ja den feldforschungs durchbruch bekommt onyx maromai maromai ist wenigstens geblieben rizzeros von stufe 4 auf stufe 3 cooles pokémon alola knogger von stufe 4 auf stufe 3 ok aquana donfan lepomendas wo ist despo da kein despo da mehr da es hat natürlich vor und nachteile aber die werden jetzt bestimmt öfters auch mal durchgewechselt glaube ich dann habt ihr schon da stehen für die level 5 raids aktos zaptos und chrysilia da die ja auch dann kommen werden im september ansonsten wie findet ihr die idee dahinter level 2 raids und level 4 raids zu streichen alles in einer und dreier zu verpacken vielleicht in abgeschwächter form dass jeder jetzt einfach sich ein donfan holen kann und rizzeros und ein alola knogger man weiß es nicht ist auf jeden fall irgendwo interessant aber für mich eigentlich auch trotzdem nicht weil ich ja sowieso immer nur fünfer legendäre raids mache beziehungsweise heatran noch weiterhin habe immer noch kein hunder da muss ich noch machen gestern die rage stunde hat leider auch nichts gebracht jetzt wollen wir aber in die gbl zurückkehren ähm für die gbl ich empfehle euch das ist übrigens auch hier eine ein artikel von pogefans.net und pogefans.net hat auch diesen artikel alles rund um die gbl hier seht ihr die superliga die hyperliga die meisterliga alles schön eingegliedert ihr habt tierlisten ihr habt team sammlungen ihr habt pokémon für wichtige rollen ähm damit wollen wir uns jetzt aber nicht beschäftigen ich möchte einfach mit dem team was ich immer habe einfach rein in die meisterliga und gucken wie weit ich komme und bei der nächsten gbl folge möchte ich mal strategisch vorgehen hier seht ihr meisterliga zum beispiel die tierlist dann seht ihr was alles tier 1 ist was alles tier 2 ist und ich kann jetzt schon sagen bei tier 1 ist hier ein groudon dabei mit lebenschuss erdbeben feuerschlag als beispiel ich habe noch nie mit groudon in der meisterliga gekämpft neben den tierlisten habt ihr auch teams sammlungen was gute teams wären zum beispiel hier giratina togekis melmetall ich habe noch nie mit melmetall gekämpft oder groudon medagross dialga also wer sich da inspirieren lassen möchte kann gerne mal die seite besuchen ich werde den link jetzt ruft die mama an ich werde den link dazu in die kommentare posten in die kommentare in die beschreibung wer also wissen will wo das ist wie das geht hier auch pokemon für wichtige rollen aufgegliedert in leads die also als erstes rankommen sollten closers die den abschluss bilden switch ins das ist auf jeden fall alles sehr interessant energielade habt ihr noch hier angreifer ihr habt da so viel da zuverlässige pokemon guckt euch das alles mal in ruhe an das jetzt gerade für die meisterliga das gibt es aber wie gesagt hier auch für die super und die hyperliga link in der beschreibung ich bin jetzt hier raus ich rufe mal ganz kurz die mama an ja ich frage mal ganz kurz was da los ist so guck mal hier das tut mir leid es geht jetzt leider gerade nicht anders ich mache auch mal den lautsprecher an solange kann ich euch ja hier noch was zeigen ich habe mich in der superliga nämlich nach dieser wichtige rollenliste gerichtet ja was gibt es ich wollte sagen natürlich ist jetzt noch mal hier oben im netto ich bin aber im auto sitzen geblieben ja okay der wollte noch brot mitnehmen und es dauert noch ein bisschen und dann komme ich dann will mich nach unten rauslassen ja ist doch okay schließt dann einfach auf hast du ja einen schlüssel bis dann ja okay bis dann okay tschüss ja eigentlich komplett unwichtiger anruf wenn sie da ist ist sie da wenn sie nicht da ist ist sie nicht da hier habe ich mich hä ich bin doch auf das auf der auf der superliga oder bei der superliga habe ich nämlich geguckt wer gut im lead ist und habe deswegen dann mantags reingeholt als lead jetzt ist es nur noch auf platz 9 bei lead ach mein gott und deswegen hatte ich auch ein elevoltaic als closer hinten rein jetzt ist es nur noch auf platz 2 und meins ist ja achso das sind alles kryptos genau switch ins habe ich dioxys ist auf platz 3 ihr seht das ändert sich eh immer zu immer zu jetzt haben wir schon sieben Minuten hier geredet trocken über irgendwas jetzt ist hier mein handy wieder am start verzeiht mir das jetzt geht es aber direkt rein wir wollen direkt jetzt in die in die go battle league starten hier zack willkommen zur go kampfliga meisterliga mmm muss ich auswählen ich weiß nicht warum das jetzt das vermuchst hat ich brauche das doch so was habe ich mir als erstes immer genommen ich glaube als erstes hatte ich trotzdem immer hier den kollegen oder hatte ich ihn hatte ich ihn hatte ich ihn hatte ich ihn ich weiß es nicht wir machen es jetzt mal so wir probieren mal eigentlich müsste ich mit giratina vielleicht anfangen weil das schneller seine attacken voll bekommt als das togekiss aber wer rechnet mit togekiss am anfang das muss ich ja dann reinholen beziehungsweise gegen togekiss muss ich dann auch wieder das dialga jetzt haben wir togekiss gegen togekiss das ist auf jeden fall interessant mal gucken wer mehr wp hat ich 3332 er hat 3304 jetzt kommt es wieder auf die attacken an viele habe ich gesehen die haben antikkraft ich habe kein antikkraft ich habe einfach nur ja aeroas was eigentlich total sinnlos ist aber ich weiß nicht wo ich es her habe keine ahnung haut mich das jetzt aus den socken ich mache eigentlich immer noch gut schaden gegen es aber es nicht gegen mich wir wollen mal mit dem togekiss versuchen das krypto muto noch weg zu hauen das sieht nämlich gut aus ich glaube da brauche ich nicht mal eine attacke einsetzen sein krypto muto ist weg was war da denn los sein togekiss an sich ist auch nicht gerade das beste gewesen hier flammenwurf komm flammenwurf den bringen wir durch er rechnet bestimmt nicht damit er denkt ich habe nur aeroas auf der anderen seite hat er ja noch zwei schilder und sollte die vielleicht mal einsetzen bevor er tot ist macht er auch leider gottes sonst hätte ich jetzt hier schön mit dem togekiss äh den gegrillt ja was nehmen wir jetzt stahl stahl irgendwas keine ahnung ist eigentlich auch wieder Mist das braucht auch wieder so lange um sich aufzuladen wir lassen es aber mal durchgehen wir setzen alles auf giratina am schluss kraftkoloss ja jetzt ist er auch noch effektiv ne aber seine verteidigung sinkt und sein angriff sinkt wir nehmen doch mal ein schild und versuchen wenigstens noch hier irgendwas zu machen hat der kraftkoloss so schnell aufgeladen ich verstehe das nicht das ist mir alles viel zu viel zu brutal gegnerische attacke jetzt hätte man noch den eisenschädel machen können dann hätte er seine attacke nicht durchbringen können ich hab gedacht gut wir machen einfach stromstoß war natürlich wieder ne fehlentscheidung jetzt ist es auch noch sehr effektiv gegen mich ich hab kein schild mehr er hat noch ein schild also das ist schon ne richtig verkackte runde zum einklang obwohl ich dachte nachdem ich das mutue geplättet hab sieht das eigentlich richtig gut aus hab ich aber weit gefehlt wenn er jetzt seine attacke durchbringt bin ich eh am arsch und hab schon die erste runde verloren so müsst ihr es machen oder hätte ich mich mal lieber nach den listen gerichtet und mir ein sinnvolles team zusammengestellt ihr seht aber antikkraft ist gar nicht so krass hat kaum was abgezogen jetzt wollte ich den move noch mitnehmen hat mir auch nichts gebracht gut gekämpft so hab wieder mal verloren sehr schön geh mal rein machen das gleiche einfach nochmal genauso ich weiß auch nicht was das schon wieder ist das unten einfach nur ein weißes feld ist scheint wieder ein anzeigefehler zu sein wui 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 kan 6 u6 ok vielleicht sollten wir doch was anderes als erstes reinpacken jetzt wäre ich mit dem giratina gegen giratina bestimmt besser dran er wechselt natürlich er wechselt auf dragoran wir sind trotzdem immer noch sehr effektiv das müsste gleich weg sein 2800 ja der ist nicht so krass wir lassen es mal durch wir verlassen uns mal drauf dass das keinen schaden macht hauen den weg wenn er seinen giratina wieder rein holt dürfte das aber jetzt fit gehen ne er hat natürlich eis komm wir wir hauen jetzt mal den flammenwurf auf das glaciola wir schmelzen das jetzt einfach auf vielleicht sollte ich mir das toggekiss auch irgendwie aufheben oder ich bin einer der wechselt einfach so gut wie nie vielleicht hätte ich jetzt wechseln sollen naja gut ist eh schon gegnerische attacke da lassen wir es durch opfern wir das toggekiss der gegner er wechselt ja auch und wenn er wechselt müsste ich immer nachziehen und was mache ich ich mache immer nix nehmen wir jetzt mal das giratina was natürlich auch dumm ist eis ne gegen es aber wir greifen eigentlich fix an und können schnell die schilder rauslocken dachte ich zumindest probieren einmal unheilböen nachdem wir das jetzt ähm abwehren müssen wir hätten auch spukball voll aber mal gucken entweder ist er jetzt tot oder er wehrt ab er ist eigentlich gut mit eis gegen meinen drachen pokemon er wehrt auch wirklich ab aber wenn ich glück habe fällt er gleich um fällt er um er fällt um sehr schön jetzt hat er keine schilde mehr und ich dürfte meinen spukball voll haben den ich jetzt auf das giratina das ist eigentlich mein kleiner bruder aber ist jetzt egal weil ich bin der fliegende hässliche bruder er ist der dickfüßige standfeste bruder der jetzt aus den socken gefegt wird gut es hängt das kann man es auch machen hängt halt noch ein bisschen sehr effektiv eins verloren eins gewonnen kein problem für mich ne das mache ich natürlich gerne ich muss mal gucken wie ich es jetzt zeitlich mache da ich am Anfang durch das rumzeigen und das Telefonat so viel Zeit verloren habe wir nehmen es einfach wieder genauso wie es ist Shelly 98888 ich kenne einen Shelly und nicht den Sheldon Benjamin sondern den den Sheldon den sie dann auch immer Shelly genannt haben aus dem NIR Battle hat auch immer gute Musik gemacht vielleicht spielt er ja jetzt heimlich Pokemon hat sich nur einen weiblichen Avatar erstellt warum habe ich immer noch dieses hässliche Pikachu Visier auf was ist jetzt man warum Fehler bei der Spielersuche Shelly hat sich nicht getraut dann müssen wir einen 9 suchen Shelly Miyatatsu 23 er kommt hier mit Unterhemd das könnte ich sein auch wenn ich nicht so braun bin oh das ist scheiße ich weiß aber auch nicht was sinnvoller ist macht der Kraftkoloss hau das voll rein ich weiß es nicht ich möchte gerne Steinhagel ok ich sag nix deswegen war der so fix voll lass mich doch einmal Flammenwurf machen und ihn überraschen er fühlt sich bestimmt sicher das heißt wir müssen einmal abwehren und einmal Flammenwurf lass den durch Bruder vertrau dir selbst dass du das gebacken kriegst hab keine Angst ich bin klein und schwach ich kann dir eh nichts tun Flammenwurf wir tun kurz so als wären wir ein Glurak und er wehrt natürlich ab ist das ein Homo jetzt macht er den Rest von mir noch kaputt und lädt schön seine Energie auf damit er gleich auf mein nächstes draufhauen kann ähm ich hab keine Ahnung wir nehmen einfach mal die gierige Tina weil die fliegt ja so schön hier rum Steinhagel ist wahrscheinlich auch wieder brutal ich denke immer wenn du Steine auf was Fliegendes wirfst dann fällt das einfach vom Himmel und er hat es natürlich gleich nochmal sehr schön ist Melmetal so overpowered ja ich hab wie gesagt immer noch nicht mit Melmetal ich hab noch nie mit Melmetal gekämpft in der GoBadley gar nichts ich mach einfach immer nur irgendwas jetzt hat er schon wieder ich hab doch schon gedrückt ich hab schon dreimal auf Spukball gedrückt obwohl ist Spukball grad sinnvoll gut jetzt drück ich nicht auf Spukball und jetzt macht's natürlich Spukball ich hab's gewusst jetzt hab ich gedacht gut nimmst du halt jetzt das andere einfach weil wenn er's abwehrt ist es schade wenn du Spukball dafür verplemberst und wenn er's nicht abwehrt dann würde ja der kleine Move reichen er hat auch immer noch ein Schild los Dialga los jetzt wär der bestimmt ab deswegen hab ich jetzt den kleinen und zum nächsten Spukball werd ich's wohl nicht mehr schaffen weil ich dann vorher schon tot bin jetzt hat er natürlich nicht abgewehrt hätte ich also lieber äh ja ne ich hätte eh nix anderes machen können Dialga gegen Dialga meins hat mehr aber er hat noch ein Schild ich hab kein Schild mehr er also wieder im Vorteil ich denk mal dass man die zweite Niederlage sagt Drago Meteor zack und weg ist es Angriff sinkt Drago Meteor hatte ich auch ganz am Anfang mal hab ich dann weggemacht weil ich das dumm fand dass der Angriff sinkt und die sowieso Drago Meteor immer abgewehrt haben und ich dann keinen Schaden mehr gemacht hab die aber immer alles abgewehrt haben deswegen wir nehmen mal den nächsten das müsste jetzt der vierte sein hallo jetzt ist die Mama auch da um 15.07 fucking Drago klingt auf jeden wenn man's ausspricht klingt's lustiger als wenn's da geschrieben ist da weiß man gar nicht was das sein soll schwache Verbindung das ist doch sehr gut ich hab wieder keine Ahnung was wir machen deswegen lass ich einfach mal das so wie's ist wir lassen ihn mal durch ich glaub der hat Solarstrahl auch und vielleicht irgendwas Sturzflug Flugattacken die hauen rein dann würde ich jetzt einfach mal auf Flammenwurf gehen wenn ich's noch schaff es war knapp aber wir haben ihn noch geschafft wir nehmen nochmal den den Flammenwurf mit er wehrt ihn ab ja kann er ruhig ansonsten nehmen wir nehmen wir halt jetzt eigentlich ist es ich hab heute wirklich keine Ahnung was ich mach ehrlich gesagt eigentlich wär's ja am Anfang Schilder rauszulocken erstmal aber alle die ich nehm brauchen ewig um ihre Moves aufzuladen der einzigste der schnell auflädt ist Giratina aber den hab ich irgendwie jetzt immer am Schluss drin vielleicht sollte ich Giratina als Leader nehmen obwohl ja da Groudon empfohlen ist ich hab aber kein Groudon hier am Start jetzt hat's endlich mal hier sein Eisenschädel vollgemacht so werd natürlich nochmal aber er dürfte kein Schild mehr haben wir haben noch zwei Schilde das sieht gut aus wir machen trotzdem auch gut Schaden deswegen würde ich den jetzt mal abwehren in der Hoffnung dass wir noch einen Eisenschädel vielleicht durchbringen und ihn umhauen denn ich dürfte das überleben bis das voll ist und ich mach trotzdem gut Schaden bei ihm Eisenschädel ist auf jeden Fall voll wir können ihn also weghauen wir haben immer noch einen Schild dann übrig für das Giratina damit das Giratina auch noch ein bisschen was zu sagen hat so den weg noch ein bisschen draufhauen auch jetzt jetzt wär's natürlich schön gewesen mit Donner aber das schaffen wir nicht mehr wir haben nur noch das Giratina müssen jetzt mal schauen wie effektiv es ist es ist es geht wir wehren ab reicht ein Spukball schaffen wir es überhaupt bis zum Spukball sollen wir Unheilböen machen ich vertraue drauf dass der Spukball eher fertig ist als sein Server hat geklappt und der Spukball müsste eigentlich jetzt so rein fetzen dass das Kyokra auch umfällt sieht gut aus hat auf jeden Fall geklappt und noch fast volle Energie so muss man's machen also macht's nicht so weil ich weiß ja wie gesagt eigentlich gar nicht was ich mach das einfach nur wild drauf los irgendwas gemacht ihr seht ich hab grad mal 241 Kämpfe das ist nichts andere haben da schon 2000 stehen auf der Medaille oder so so Jui Roa Jui Roa mit roten Bäckchen das müsste dann der fünfte Kampf sein von dem 5er Set Scham haut rein ja das sieht gut aus mal gucken ob er wechselt ich hoffe nicht auf zu wechseln nimm es hin wie ein Mann vor allem hat er auch nur 3300 ich schilde mal ich hab immer Angst wenn ich nicht weiß was die was die Attacken von denen machen deswegen schilden wir einfach Hauptsache wir haben noch viel Energie wir nehmen noch alles mit wir nehmen unsere Moves mit wir haben einen jetzt hier mal jetzt ein Flammenwurf drauf wenn der jetzt durch geht ansonsten hab ich wenigstens sein erstes Schild verbraucht einfach fabelhaft und er schildet natürlich das ist schade er knallt bei uns rein aber vielleicht kriegen wir ja komm ich wär's trotzdem nochmal ab Sternenhieb wär auf jeden Fall mächtig gewesen bis zum Flammenwurf werde ich's wohl nicht schaffen oder wir probieren's mal und wir haben gefehlt jetzt hab ich mich schnell durchgedrückt aber gut das Giratina ist wenigstens sehr effektiv mal gucken aber der kriegt bestimmt jetzt auch erstmal den Sternenhieb ab und ja das ist in Ordnung ne den hauen wir so weg da brauchen wir doch keinen Move wir müssen uns beeilen ne komm wir machen trotzdem mal schnell Unheilböden um auf Nummer sicher zu gehen ich hab eben schon gefehlt im Endeffekt haut er meins weg obwohl ich meinen Move hätte machen können weil ich denke ich schaff's bevor er seinen Move macht er hat also abgewehrt und haut trotzdem noch einen raus ja das könnte auch das Aus für mich bedeuten ja jetzt haut er ihn weg die Jalga am Start 4000 und er hat noch einen 2.6 was ist da denn los was hat er damit vor wir machen mal Eisenschädel ist schneller ihr seht man kann gar nicht taktisch vorgehen wenn man taktisch vorgehen möchte und will auf die will auf eine bestimmte Attacke warten ist man meistens schon tot bevor man die überhaupt einsetzt deswegen muss man immer die nehmen die zuerst fertig ist und kann gar nicht das nehmen was man vielleicht nehmen wollen würde jetzt in dem Moment mit Elektro wäre es zwar auch sinnlos gewesen das hat sich jetzt nichts gegeben aber für andere Beispiele meine ich das wir haben gewonnen ok 3 wir bekommen eine Pokémon Belohnung ein Tauboss schon wieder was will ich immerzu mit den ganzen Taubösen oh der Buddy das Groudon jetzt wo ich schon auf dem Weg bin das Groudon zum Best Buddy zu machen hätte ich ja eigentlich auch mal ein Groudon in mein Team holen können auf der anderen Seite ist es sowieso komplett sinnlos ich meine ich habe Togekiss als Best Buddy gemacht aber beim Kämpfen lege ich es nicht an warum eigentlich nicht er kriegt doch dann einen Boost das wäre vielleicht noch schlau das für das Kämpfen anzulegen oder denn Dialga habe ich glaube ich kein Best Buddy und Giratina auch nicht oh Junge komm du kriegst jetzt eine silberne Beere das ist ja klar wenn man daneben wirft dass es nicht drin bleibt er kriegt jetzt eine silberne Beere weil ich doch trotzdem doppelte Bonbons mitnehmen wollte bin aber jetzt zu ungeduldig ihr wisst ihr könnt natürlich auch gelbe Beeren nehmen und immer rote Bälle drauf zehnmal bis es irgendwann am Ende vielleicht drin bleibt wir haben 20 Bonbons mitgenommen schlechte IV ich muss mir das kurz mal angucken wir sind jetzt erstmal Rang 5 ein weißes Blatt ihr seht es Rang 5 ein weißes Blatt so muss es aussehen wenn ich hier eingebe MMM dann seht ihr dass das Togekiss Best Buddy ist das wollte ich gar nicht machen wir legen also mal das Kumpel wechseln das Togekiss an Togekiss so das sieht doch gut aus lass uns nochmal zusammen spielen nein vergiss es du kochst mich nicht weich jetzt haben wir es angelegt und jetzt dürfte es auf jeden Fall mehr Schaden machen mehr aushalten und alles andere wir müssen aber noch achso ich bin so verworren immer hier wo ich überhaupt hin muss wo steht denn jetzt wieder Kämpfe da steht Kämpfe so kämpfen jetzt bin ich mal gespannt machen noch ein Fünfer Set das ist geboostet das ist vorne dran wir lassen es wieder so wie es jetzt ist wie gesagt das ist einfach nur wild drauf los wenn ich endlich Rang 7 bin oder so dann probieren wir es mal mit etwas mehr Taktik dann werde ich mir die Tierliste nochmal reinziehen ich werde mir die Leads die die Closers die Switchins angucken ich werde nochmal ein ganz anderes Team nehmen oder das etwas verändern sehr effektiv das sieht schon mal gut aus Eis das sieht nicht gut aus oh Junge ich habe überhaupt gar keine Zeit zu überlegen wen ich reinhole weil er halt einfach schon seine Attacke macht Lawine komm wir holen mal den holen mal den Günder rein er ist bestimmt auch sehr effektiv gegen Günder aber egal vielleicht schaffen wir es er macht schon wieder seinen Move wenn er jetzt Lawine macht dann bin ich doch schon tot oder dann hör mal auf damit das heißt wir werden doch mal ab damit wir jetzt vielleicht endlich mal Unheilböden machen können wusste nicht dass er so krass ist ich habe noch nie gegen einen Mammudel gekämpft Mammudel Mammudel wie auch immer er wird ab das habe ich mir gedacht und er haut bestimmt jetzt noch einen raus ich kann nicht mehr abwehren ich habe keine Schilde mehr das heißt ich werde wohl schon weg sein nein ich habe noch ein bisschen was übrig komm 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 nix ich habe gedacht ich schaffe wenigstens noch kurz was ja gut er ist ja jetzt effektiv gegen alles was wir reinholen außer vielleicht gegen das Dialga ich wollte aber was was fix Attacken machen kann war auch schon wieder taktisch unklug ich hätte das Dialga reinholen sollen wir sind effektiv das freut mich aber er macht Attacke das freut mich weniger er macht bestimmt was mit Boden oder macht er was mit Drache er macht was mit Drache gut dann würde ich sagen wir setzen wieder alles auf eine Karte wir machen keinen Move wir machen ihn so down um die Moves am Ende eins warum habe ich jetzt Strom gewählt ich weiß es nicht ich hätte doch jetzt Eisenschädel auch wählen können er wehrt bestimmt jetzt ab sehr gut er hat natürlich sein Move jetzt aufgeladen so krass wie er drauf ist hat er sein Move aufgeladen ich könnte Aeroas machen aber ich will auf Flammenwurf jetzt bringt er mich um und hätte ich Aeroas gemacht hätte ich wenigstens noch einen Move machen können hat natürlich nicht geklappt ihr seht wenn ihr taktisch ich weiß nicht ob das überhaupt was mit Taktik zu tun hat aber trotzdem du weißt genau Feuer brennt den komplett weg aber bis du dann erstmal dein Feuer machen kannst bist du tot also was machst du machst die andere Attacke die sinnlos ist das ist auf jeden Fall ärgerlich so er hat auch Best Buddy hier die Yalga nicht so effektiv wir hauen rein da freue ich mich ja schon mal obwohl er viel viel mehr hat jetzt 3-3 wir sind trotzdem nochmal besser wir lassen das jetzt einfach drauf ist mir doch jetzt egal soll er machen was er will er hat nämlich kann er kann nur ein Best Buddy in den Kampf schicken das hat er am Anfang gemacht das heißt wir können ihn schön mit unserem Toggle warum nimmt das denn so viel ab Bruder lass mein Toggle kiss in Ruhe komm eine Attacke will ich wenigstens noch machen mach doch wenigstens noch einmal Ero aus ich wüsste auch nicht was gerade sinnvoller wäre gegen ihn Alter wie das reinhaut was ist denn mit ihm so ich greife schnell an vielleicht schaffe ich es ja ah der ist so brutal der ist so brutal hau doch drauf er wehrt bestimmt ab und gibt mir noch mehr Schaden mit oder ich weiß es nicht unheilböden er wehrt ab im Endeffekt macht er noch einen Move guck guck dir das doch an muss ich den Move jetzt durchgehen lassen dass ich alles bei ich muss es abwehren ich brauche den komm mach was hau den jetzt oh vielleicht kriegen wir jetzt noch einmal Unheilböden durch ja wenigstens bevor wir umfallen da war auch Spukball schon wieder fast voll aber mir ist das zu unsicher wenn der einmal angreift bin ich wahrscheinlich weg deswegen muss ich es jetzt so machen jetzt haben wir noch Dialga gegen Dialga ja wir liegen leicht vorne ich glaube er hat einen Hunderter oder 4090 meins hat weniger meins ist ein 98er ach ne er hat ja er hat ja Best Buddy ne Boost und so Zeug na egal solange er seine er hat ja immer noch ein ganzes Pokémon übrig jetzt habe ich auch noch die Attacke gemacht die hätte ich doch auch noch gebraucht bei den nächsten ach Ramses das war auch schon wieder taktisch komplett unklug ich hätte einfach drauf hoffen müssen dass er das wird nix seht ihr wäre ich jetzt aber reingekommen ich hätte den anderen mit normalen Quick Moves besiegt er wäre jetzt reingekommen und hätte jetzt gleich die Dröhnung von hier vom was hat er denn Donner irgendwas hätte ich den angegriffen da hätte ich auf jeden Fall eine bessere Figur gemacht ob ich gewonnen hätte weiß ich auch nicht Osasta okay mit einem schönen roten T-Shirt vom GoFest ist glaube ich jetzt der dritte Kampf aber schon wieder total alles alles für die Katz ich sag's euch ja ja wechsel ruhig ne was nehm ich denn wieder gegen ihn nix also wir hoffen wieder auf Flammenwurf aber er ist bestimmt schlau obwohl an seiner Stelle können er denken er ist eh übermächtig er muss nix abwehren aber er wehrt ab ja dann lass mal das Toggekiss elendig zugrunde gehen jetzt hat er seine Moves alle gespeichert wir nehmen mal hier den Kollegen der sehr effektiv ist ey ich raff das immer noch nicht diese ganzen Typen Vorteile Effektivitäten sonst was mit was ich weiß ja nicht mal meine meinen mein Charge Move äh mein Quick Move der müsste theoretisch mit Geist angreifen Geist und er ist Stahl Geist ja ist voll okay ne wir versuchen es wieder ihn weg zu machen die Moves mitzunehmen was ein bisschen geklappt hat aber was passiert jetzt das ist wieder Mist vielleicht schaffen wir es aber noch ein zweites Mal Unheilböden zu machen toll da war sogar Spukball aufgeblitzt dass der fertig ist hat natürlich nicht mehr funktioniert ging sich nicht aus würden die Profis sagen geh ich auf Donner geh ich nicht auf Donner er hat ja immer noch ein Pokémon in der Rückhand er wird sicherlich jetzt eh abwehren denke ich mal wir probieren es trotzdem mal so dann wäre das der dritte verloren hintereinander hätte auf jeden Fall gesessen aber bringt ja nichts wie gesagt was ist denn jetzt es hängt schon wieder das Internet ist wie der Beste komm jetzt hier nochmal Eisenschädel drauf jetzt freut er sich was macht er eigentlich hat er jetzt so lange gebraucht bis sein Move voll ist ja oder hat er gedacht ja gut der kann mir eh nix ich komm mit mit meiner gierigen Tina und dann ist er eh weg manchmal veräppeln mich die Gegner glaube ich und führen mich an der Nase rum jetzt weiß ich auf jeden Fall schon dass ich keine Pokémon Belohnung mehr bekomme in dieser Runde zwei Kämpfe sind es aber noch 34 Minuten ich glaube dadurch dass es eh so schlecht läuft und die Mama jetzt da ist zu Besuch werde ich wohl nach den zwei Kämpfen dann abbrechen das weiß ich nicht ich muss mich dann nochmal vorbereiten Tipps mitnehmen die der Benjamin in die Kommentare schreibt ja auch was nehme ich denn gegen Melmetal ich muss mich nochmal belesen Steinhagel sehr effektiv sehr schön ich versuche wieder auf Flammenwurf zu gehen aber bis der voll ist bin ich bestimmt wieder tot ja okay macht er halt nochmal seinen Steinhagel das kann er ja komm jetzt mach doch wenigstens einmal den Flammenwurf überrasch ihn damit einfach und hör auf zu schilden man sei nicht so komm ist bald September ja da kann man auch mal das Schild weglassen so er wird jetzt wieder Energie farmen und sich freuen dass ich nichts machen kann nicht so effektiv nicht so effektiv sieht auf jeden Fall gut aus jetzt wird wieder jeder sagen ja du hättest das Giratina nehmen müssen das wäre auf jeden Fall sinnvoller ich verstehe es nur nicht warum er hat sie gleich zehnmal hintereinander aber sein Angriff ist wenigstens gesunken okay das ist noch vertretbar komm den grill ich er ist schon wieder voll Steinhagel oder das ist kein Kraftkoloss schon wieder Kraftkoloss Junge schon wieder effektiv aber egal den werde ich jetzt bezwingen bevor der mich down kriegt ich habe noch eins ein Schild muss ich noch rausloggen was packt er hier rein ein Mewtwo ich nehme mal Donner weil das heftiger ist zack abgewehrt nichts gemacht egal ist halt so können wir nichts machen haben doch ein Giratina übrig er hat natürlich noch zwei wie auch sonst komm einmal Unheilböen naja kommt natürlich mit was wir denn nehmen Psychostoß Psychokinese ich gehe jetzt auf Spukball einfach irgendwie ist Spukball ja gar nicht so weit entfernt von den Unheilböen also das ist sowieso kurz danach immer fertig ich bräuchte niemals Unheilböen machen weil Spukball auch sehr schnell voll ist aber das wird nichts mehr oh einmal Unheilböen noch aber Spukball wäre sich nicht ausgegangen das wäre nichts geworden hier wenigstens noch einmal einfach fabelhaft noch ein bisschen was hinterlassen bevor man sich versteckt im Untergrund oh man naja gut gekämpft gibt dem anderen nur Props vielleicht schaffen wir es ja wenigstens einen zu gewinnen ich weiß immer noch nicht was was nimmt man gegen Melmetal Feuer also Groudon mit Feuerschlag ja sollte ich doch einen Groudon mal in mein Team reinholen ich weiß gar nicht kann man da jetzt einfach Feuerschlag drauf machen oder gab es das nur als das zurückkam den einen Tag kam das zurück ne die Attacke wurde eingeführt oder ihr seht nicht mal die einfachsten Dinge mein Hirn ist voll mit Gulasch ähm jo lass mal durchgehen mal gucken was passiert ne das machen wir so da brauchen wir keine Moves das war richtig genial er ist weg wir haben Moves voll wir haben noch alle Schilde ja und jetzt jetzt hab ich keine Ahnung jetzt hätte ich eigentlich wechseln müssen aber wenn ich wechsel kommt er ja mit was anderem hinterher Feuer gegen Wasser ist auch kompletter Schwachsinn er wäre das trotzdem ab machen wir mal ne machen wir nicht ist auch vorbei ähm beneh mal die gierige Tina weil die lädt sich ja wenigstens schnell auf jetzt wollte ich noch warten auf ich lass es mal durchgehen ich glaub nicht dass der uns zerfetzt jetzt wollte ich auf Spukball natürlich hat's Unheilböden genommen wenn ihr immer drückt und ihr seht ach ne das wird auch ihr hört auf zu drücken geht rüber aber es nimmt trotzdem das erste aber es hat wenigstens sein Schild noch rausgelockt vielleicht kann ich jetzt auf Spukball beziehungsweise vielleicht schaffe ich es ihn vorher down zu machen ich warte einfach aber er wird eher umfallen als ich ich dachte ich muss schilden muss ich nicht mal das passt alles jetzt ein Spukball aufs Despo da so macht Kämpfen Spaß oder wenn man das Gefühl hat man könnte gewinnen und es ist natürlich nicht effektiv also nochmal Unheilböden aus Spaß hinterher wir haben immer noch zwei Schilder wir haben glaube ich noch das Dialga hoffe ich haben wir noch das Dialga nicht dass ich nichts mehr hab sonst hab ich ja schon wieder verloren ne ich hab noch was gut jetzt hat er natürlich alles angesammelt und jetzt lässt er bestimmt gleich alles raus an dem Dialga aber ich hab ja immer noch zwei Schilder wenn ich jetzt aus Versehen das Schild wegdrücke ist es natürlich eine Riesennummer gegnerische Attacke Schild was machst denn du grad ja gut dann macht das dann kann ich ja noch eine Runde dranhängen sozusagen dann geh aber erst in die Apotheke vielleicht kann ich dich dann im Schneider suchen na gut du wirst den nicht so lang brauchen trotzdem so einen gewonnen das ist heftig oder gibt's wenigstens ein bisschen Staub und der Balgen füllt sich ein kleines Stück wir sind jetzt bei 41 das heißt komm wir hängen einfach noch einen dran wieder unvernünftig Abra Raider unvernünftig wieder mit dem selben Team ohne Taktik ohne irgendwas einfach drauf bis Rang 7 guckt nicht auf die Statistik guckt auf gar nichts Kyogre was war denn gerade gut gegen Kyogre nichts was alles hui gegnerische Attacke das ist aber schön dass er das macht ich glaube ich wechsle mal ich wechsle mal auf den dicken guck mal was der so macht der knallt voll rein und er grillt es wenn er endlich mal seinen Donner dran hätte jetzt hat er natürlich jetzt brauche ich auch keinen Donner mehr oder elektro gegen Boden das ist nix er hat jetzt bestimmt aber Feuerschlag bei seinem deswegen haut er mir gleich alles um die Ohren das heißt bei dem müsste ich auch wieder abwehren aber vielleicht schaffe ich's ohne meinen zweiten Move rauszuballern ihn wegzuhauen sieht nämlich gut aus er macht gut Schaden dann hat sie noch nichts gebracht ne er macht Erdbeben gut selbst das ist effektiv also Groudon ist immer fett wie ihr seht gute Sache aber selbst das hätte ich nicht gewusst aber er hat ja noch Schilder oder Donner abgewehrt ist aber nicht schlimm weil zack und ich kann nicht mehr abwehren jetzt hätte ich's doch geschafft ich werde auf jeden Fall dann nicht das Tockekiss reinholen das hat mich schwer enttäuscht oh wir haben noch komm dem haben wir's gezeigt wo es lang geht und Donner ist gleich voll aber ich hab's ver achso er ist schon tot ne dann können wir ja doch das Tockekiss reinholen das macht nämlich ein bisschen Schaden ne vielleicht macht's auch ein Aeroass einfach so aus Spaß so da rumwühlen da unten schön mit dem Finger boom guck dir das an du wolltest mal Godzilla werden er hat er hat sogar noch ein Schild übrig unten fällt um warum hat er das nicht abgewehrt oder hat er das abgewehrt ich krieg einfach nichts mehr mit ich stehe als Außenstehender neben dem Kampf und check nix was ist denn jetzt schon wieder wir warten einfach mal ab 10 Minuten so lang kann ich ja mal einen Schluck trinken aus meiner Biala Flasche wo ich mir jetzt jeden Tag neben dem Wasser was ich reinfülle so ein äh so eine komische Brause Tablette da gönnen oh jetzt hat's funktioniert sehr schön ich hoffe das hat auch gezählt wir nehmen das gleiche verschmierte Team machen gleich weiter ich glaube jetzt wo die Mama nicht mehr da ist äh hab ich auch wieder Glück und das läuft ich hab mich nur beobachtet gefühlt deswegen hab ich alles verloren Spaß ihr kennt ja die Gründe so Rai Quaser du bist Drache ich hab Scham mhm 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 ja sehr gut lass mal das mal durchgehen ich weiß nicht was er hat aber gucke mal Antikkraft was macht Antikkraft eigentlich ich dachte Antikkraft hat noch einen Effekt aber irgendwie hat's keinen Effekt so wie es ausschaut so wie es ausschaut ist er aber effektiv gegen uns was haben wir denn gegen Boden nix ich glaube dann würde ich das Giratina wieder reinholen und da noch ein bisschen mit rum machen denn ich bin weg er hat nur noch eins Stahl Boden nix gut gegen Stahl hab ich in jahrelanger Forschung herausgefunden deswegen machen wir das so eigentlich fliege ich doch und bin Drache kann der mir jetzt was mit ach verdammter Stein wir machen mal Spukball in der Hoffnung dass er nicht abwehrt und wenn er abwehrt dann ist es halt auch so dann ist das zweite Schild wenigstens weg und dann kann ich beim nächsten Mal nur noch ja er wehrt natürlich ab dann kann ich beim nächsten Mal nur noch Unheilböden machen bitte überlebt das doch warte ab und Unheilböden hinterher zack hätte ich es anders gemacht hätte ich Unheilböden vorhin gemacht und jetzt Spukball wäre das natürlich sinnvoller also besser härter das hätte ihn voll so bin ich gleich weg habe aber noch zwei Schilder die ich wahrscheinlich jetzt auch brauche ja du kommst rein aber ein Schlag müsste ja eigentlich weg sein dann hat er ja nur noch eins oder ne hat er gewechselt am Anfang er hat noch zwei er hat noch eins er hat noch eins eins hat er noch er hat noch eins hallo eins das sieht auf jeden Fall auch gut aus aber er kann schon wieder angreifen wir gehen auf Nummer sicher natürlich holen uns das Schild wehren die Attacke ab Sandgrab zack klingt wie Sandra ne hallo Sandgrab ähm da hätte jetzt Elektro wieder nichts gebracht oder was sagt ihr deswegen ist schon gut obwohl alle sagen mach doch Draco Meteor mach doch äh ich glaube die haben gar keinen Donner drin habe ich bisher einmal Donner gebraucht gegen Kiyoke kommt es nie zum Einsatz und alles andere was ist denn schon wieder er steht schon wieder da und macht nix jedes Mal muss ich auf zurückdrücken aber wir haben schon zwei gewonnen das wird brutal das wird nochmal ein gutes Set zum Abschluss Starbig Hero 999 jetzt im Angebot schlagt ruhig zu Tockelkiss und wieder gegen Melmetal warte ich habe gelernt und hole den Kollegen rein und er ist natürlich sehr effektiv gegen den Kollegen und er holt natürlich hier wir machen Spukball alter du willst mich wohl ist es so schlau mit Mewtwo gegen Giratina tun die sich nicht beide weh irgendwie wenn er zuerst sein Schild macht mache ich als zweites mein Schild ne ich bin nämlich schlau Psychostoß sehr effektiv also ich keine Ahnung was er gemacht hat aber auch warum ich lasse es jetzt durchgehen Psychostoß hat wunderbar funktioniert und er kriegt einen Spukball hinterher ja den kriegt er jetzt und ich habe wenigstens noch mein Schild am Start und er ist er hat wieder abgewehrt aber egal ich bin trotzdem sehr effektiv und ich habe zur Not ja immer noch ein Schild falls er nochmal seinen Move machen will guck ich habe Unheilböden voll gehabt ich hätte ihn besiegt aber ich habe darauf gehofft er geht down und so muss ich mein Schild rausholen äh muss ich mein Schild verschwenden kann aber meinen Spukball wenigstens mitnehmen dann machen wir halt den Spukball jetzt hier auf den Kollegen so zum Abschluss damit ich wenigstens nochmal eine Attacke rausgehauen habe und nicht einfach so ohne was zu sagen untergehe und vielleicht haben wir sogar nochmal die Unheilböden voll ja das sieht gut aus ich glaube die Pokémon Belohnung ist unser ihr seht wildes sinnloses drauf rumknüppeln führt auf Umwegen zum Erfolg kannst du machen mach ruhig deine Attacke ich habe von nichts mehr Angst ich habe alles gesehen in dieser Welt ich kann von dannen gehen so ja dann nehmen wir halt wieder das Togekiss rein so Bruder willst du wechseln hol doch mal dein dein verschmiertes äh Melmetal ihr wisst Bescheid jetzt natürlich doof das greift immer so oft an und der tut bestimmt jetzt da rumspammen und das Zeug voll machen ich muss nur einmal den Flammenwurf durchbringen ich hoffe er haut es wieder raus er haut es wieder raus er hätte doch einfach sagen können er farmt seine Energie voll ist cool und wird einfach überrascht von mir aber macht er nicht dafür hat er nicht den Arsch in der Hose jetzt kommt er hier mit Steinhagel oder mit Kraftkoloss er hat er führt bestimmt schon wieder was im Schilde und er hat natürlich hat er Kraftkoloss was auch sonst also er ist ja sowieso der Heftige vom Dienst ich muss jetzt den Move machen der schneller voll ist ich habe nämlich gerade den Brettschiss dass das nichts mehr wird Eisenschädel ach und da bin ich weg wer hätte es gedacht wenn man sich sicher fühlt holt er die Krücke raus und das war es jeder der mit Melmetal spielt ist doch ein Cheater ein räudiger Cheater ich sage es euch seitdem die das mit dem Exploit oder wie das heißt gesagt haben vertraue ich niemanden mehr der mit Melmetal kämpft alles dreckige Cheater in der GWL jeder der ein Melmetal nimmt Girosa 65269 achso es geht immer noch um die Wurst die Wurst in dem Sinne wir wir sind gut wir sind gut komm da schwöre ich drauf da hoffe ich dass wir gut sind ja wir sind gut wechsel 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 doch wechsel stirb oder wechsel suchst du ja aus jetzt nicht das ist bestimmt wieder Spukball uff jetzt wechselt er halt gell was habe ich ihm vorhin genommen Giratina ich weiß es nicht mehr er haut halt einfach mal drauf sehr effektiv gut das ist weg äh das nicht das Unheilböen es war doch voll jetzt wird geschildert ich habe kein Bock dass er mir schon wieder eine Steinkante oder irgendwas da reinhaut in dem Felswerfer okay jetzt hätte ich verzichtet auf Unheilböen und wäre auf Spukball aber natürlich hat er die Attacke schon ausgewählt hinten angestellt und lässt ihn zuerst seine durchmachen das macht es ja gerne mal mit uns so der ist trotzdem weg er hat aber immer noch zwei Schilde beide haben einen Pokémon verloren das ist schon mal gut hier Spukball komm Spukball aber er wehrt bestimmt ab ne er wehrt bestimmt nicht ab er opfert das er nimmt seine Schilde mit wetten ey wo will wie will ich hin und her fummel einfach auf dem Bildschirm ist jetzt egal man fall um er fällt um das heißt ich könnte noch einen Spukball hat er jetzt aufgegeben oder hat er keine Pokémon mehr gehabt ich dachte da kommt noch was Rihonja und das was er eben hatte was hat er eben gehabt wie man das weiß ne egal na dann sieht es doch gut aus dann haben wir doch jetzt unsere Pokémon Belohnung R-N-G-H ach D-G-H was sind das für Namen das kann man ja nicht mal am Stück aussprechen die sind einfach bei der Namensgebung mit dem Kopf auf die Tastatur gefallen so jetzt zeig mir mal was gut ist ne hm das schon mal nicht dann zeig mir halt mal das jetzt macht er bestimmt wieder gleich 20 mal seinen Move hm da ist es schon da 20 mal ich hab's gesehen ich hab's gewusst ich hab's komm wenn wir mal 4 gewinnen würden dann würden wir sogar mal Bonbons bekommen ich geh auch extra auf Spukball ja ich trau mich mal was jetzt Konzentration dass das einfach fabelhaft wird er wehrt es natürlich ab trotzdem sieht's gut aus wir wehrten seinen auch mal ab er hat ja schon ein Schild rausgehauen wir noch nicht und vielleicht schaffen wir es noch seine Energie runter zu bätschen bevor wir dran sind wir haben auf jeden Fall hier nochmal Unheilböen wenn er jetzt nochmal abwehrt dann wäre er schön dumm und ich hoffe er ist schön dumm so so ungefähr so wie ich dann haben sich wenigstens zwei getroffen und er ist weg er hat sein Schild vergeult und ist trotzdem tot und hat keine Schilder mehr so muss man's machen ja wir kommen rein und sind auch komplett weg einfach nur jetzt was mach ich jetzt Charme ihn hier sehr effektiv das war sehr gut aber was haben wir sonst am Start nichts kommen wir durch ja ich ich geh immer auf Nummer sicher wenn der mich nämlich wieder weghaut er hat ja eh keine Schilder mehr nur die Attacke hätte ich mir jetzt eigentlich auch aufsparen können oder vielleicht mit Charme ihn einfach weg machen um den Flammenwurf mitzunehmen dann zum letzten das wäre vielleicht sinnvoller gewesen denn er hat noch ein Maromai obwohl wir da auch effektiv sind das sieht gut aus zwei sieben das sind wieder die Bots ne die holen sich immer so kleine Pokémon und das war's wir sind jetzt bei 56 Minuten die Mama ist auch schon wieder zurück jetzt konnte ich sie gar nicht vom Bäcker abholen und von der Apotheke auch nicht und vom Rest auch nicht wir werden also das Pokémon jetzt noch fangen oh jetzt jetzt ist er in die Luft gesprungen 247 und das müssten vier von fünf gewesen sein oder eins zwei eine TM Bonbons drei Stück hier das letzte haben wir nicht aber das sind tausend Staub wir holen die Pokémon Belohnung und haben so ein schäbiges Gagabohr muss man das eigentlich fangen kann man das auch sitzen lassen wenn ich eins hasse an der GBL sind das die Startup Pokémon ich weiß nicht ihr feiert die bestimmt ihr mögt die aber das hat ein C-Day gehabt ja was will ich das in der GBL es ist so schwer immer für mich für mich ist es so schwer an die Pokémon Belohnung zu kommen und dann ist da ein Gagabohr drin ich versteh es nicht warum was haben die davon dann ist es auch noch schlecht ne aber gut da sind die Pokémon die ihr nehmen sollt damit ihr in der Liga was reißt vielleicht fünfeinhalb sind wir jetzt puh das ist auf jeden Fall da ist noch Luft nach oben ganz viel nämlich wir können ja mal kurz gucken von den krassen Raids die in der Umgebung sind was hier da ist ein Score klar jetzt habe ich den Namen vergessen vom Don hier Donphan Knogger äh Kingler hier an der Brücke geht auf jeden Fall ein Fünfer Raid auf und das ist sehr interessant den einzigsten Fünfer Raid den ich heute gesehen habe der war an der Brücke der Technik und da bin ich runter und habe da unten meinen Fünfer Raid heute gemacht jetzt sehe ich das nächste Mal einen Fünfer Raid und er ist wieder an der Brücke der Technik also sehr interessant auf jeden Fall ich wechsle wieder meinen Buddy auf das ähm auf das Frau Deluxe ne genau nehmen wir mal hier mit rein das wäre aber auch eine Überlegung noch wert natürlich vielleicht ein äh Groudon mal ins ähm Meisterliga Team mit aufzunehmen da fehlt aber noch ein bisschen was ihr seht's den Fortschritt oben könnte aber in den nächsten Tagen passen ich muss halt mal was machen damit das war es jetzt erstmal von meiner Seite aus ein bisschen GBL beim nächsten Mal wie gesagt probiere ich mal ein anderes Team ein Team zusammen aus den besten Vorschlägen für Lead-In Close Closer Close-Up und Switch-In oder ein vorgeschlagenes Team direkt bei den Teams was eben von der pokefans.net Seite da äh empfohlen ist ich hab das ja immer nur zum Spaß ihr könnt nochmal reinschreiben wie weit ihr momentan seid mit welchem Team ihr in der Meisterliga kämpft auf was ihr schwört wer ist da als erstes drin wer lockt die Schilde raus wer ist der Close-Up wer macht den Rest wer ist der Switch-In würde mich interessieren ich weiß nicht auf jeden Fall von meiner Seite aus äh wir sehen uns beim nächsten Mal diese Seite hier mit dem pokefans.net wo diese ganzen Listen drin sind und das ganze Zeug das hab ich wie gesagt unten in der Beschreibung mal verlinkt guckt da ruhig mal rein und gönnt euch das das Pikachu freut sich auch das können wir jetzt auch zumachen wen das stört der sagt Bescheid dann lass ich es in nächster Zeit so dann ist einfach nur noch alles grün jetzt haben wir noch 10 Sekunden dann geht das Video genau eine Stunde bin ich nicht ein Fuchs jetzt war Donnerstag morgen wieder Trade Session mit dem Hannes wir sehen uns dann spätestens morgen in der Trade Session live im Stream ab 18 Uhr bis dahin peace out vorhaut euer Ramses